So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier auf meinem Kanal. Bei mir bekommst du tägliche Chart-Analysen, meine persönlichen Prognosen, meine Trade-Setups für Bitcoin, Ethereum und einmal die Woche ein großes Altcoin XXL Special mit all deinen Lieblings-Altcoins. Und wenn du nur nicht Teil dieser geilen Community bist, dann lass du gerne das kostenlose Abo da, ein Kommentar, ein Like, die Glocke, natürlich auf alle Stellen, damit du benachrichtigt wirst, sobald ich ein Update-Video hochgeladen habe. Und wenn du das gemacht hast, gehen wir natürlich sofort in die Chart-Analyse. Bis gleich. So, meine Lieben, da sind wir auch schon wieder. Wir starten, wie immer, mit den laufenden Trades. Was hat sich verändert? Wie sieht es aus im Copy-Trading auf Bing X? Schauen wir uns an. Arbitrum, immer noch sehr verhalten der Kollege. Tut sich nicht das, was ich mir vom Markt erhofft habe. Aber nichtsdestotrotz, wir sind knappe 55% in der Profits. Atom, 101% in der Profits. Arbitrade 1, 134% in der Profits. Und Arbitrade 2, 165%. Wir waren heute auch schon zwischenzeitlich bei 180%. Kurz vorm Take-Profit, teilweise nur wegen 10 Cent nicht ausgelöst Take-Profit. Egal, ich lasse ihn laufen. Ich gehe auch bei Arbeit davon aus, dass wir eine Überextension erreichen werden. Sieht alles gar nicht so schlecht aus. Handelshistorie. Es wurde beendet, gestern mit dem WIC nach unten. Unser AVEX-Trade leicht in der Profits, also kann man sagen Break-Even. POP wurde ausgestoppt, auch Break-Even ausgestoppt. Und Polkadot ausgestoppt. Take-Profit erreicht, 89%. Glückwunsch auch an alle, die diesen Copy-Trad mitgenommen haben. Wenn du auch mich kopieren willst, dann nutze doch gerne meinen Link hier unter der Videobeschreibung zu BingX. Da bin ich Copy-Trader, beziehungsweise ich bin Trader und ihr könnt mich kopieren. Ihr seht ja hier nichts gefälscht, nichts weggelassen. Zwei Trades bis jetzt in Stop-Loss gelaufen und neun Stück zumindest in der Profits oder nicht im Verlust. Also sieht gar nicht so schlecht aus. Nur mal dazu. Und jetzt gehen wir natürlich auf die Charts. Und heute habe ich euch etwas Kleines, Besonderes mitgebracht. Und zwar gehen wir heute auf den Chart ein, wie wir ihn in der Community-Gruppe sehen, beziehungsweise wie ich ihn da vorbereitet habe. Da habe ich gestern dieses Szenario reingetan. Mit diesem Widerstandsbereich, dieser geht von 61.693 bis hoch zu 63.247 US-Dollar. Es ist von mir eine Möglichkeit, euch zu zeigen, was passieren kann, dass wir von hier aus eine eventuelle Korrektur bei Bitcoin sehen. Und zwar durch diesen Abverkauf, was wir hier nach unten hatten, haben wir eine Struktur geformt, die uns ins übergeordnete bullische Gesamtkorrektur-Level bringen könnte, von der letzten Aufwärtsbewegung. Das schauen wir uns gleich an. Also, dieser Bereich hier, sollte der hier halten und wir runtergehen, dann könnte es sein, dass wir dann hier bei Bitcoin in dem Bereich von 51.000 US-Dollar bis hoch zu 53.000 US-Dollar korrigieren können. Das wäre, Stand jetzt, 14, 15, 16 Prozent, wäre eine Möglichkeit. Ich sage nicht, dass es passiert. Ja, wir sind so bullisch, der Markt muss nicht korrigieren. Es wäre zwar irgendwann mal gesund, ja, theoretisch, aber er muss es nicht, ja. Nur weil ich jetzt denke, muss er es nicht machen. Aber das ist eine Möglichkeit, das könnt ihr euch im Auge behalten. So kriegen jetzt die Community-Mitglieder hier auf Telegram von mir mit. Natürlich die YouTube-Kanal-Mitglieder. Und dieser mögliche Zielbereich, da müssen wir noch kurz nachjustieren, jetzt haben wir etwas nachjustiert, genau. Also, Zielbereich liegt bei 55.000 bis runter zu 53.000 US-Dollar knapp, jetzt mit den neuen Highs. Genau, ich habe vergessen, nicht einzuzeichnen. Also, und dieses Szenario, wenn wir uns jetzt hier den 4-Stunden-Time-Frame angucken, würde uns hier genau runterbringen in diesen letzten Orderblock. Ihr seht, hier sind die Highs, wo wir hier noch Widerstand hatten, wo wir hier dann mit einer großen Kerze oder mit zwei großen Kerzen auf dem 4-Stunden-Time-Frame diesen Widerstand rausgenommen haben. Gucken wir mal auf den 12-Stunden-Time-Frame, wie sieht es da aus? Genauso. Ihr seht hier, hier wäre das mögliche Ziellevel bei knapp 53.000 US-Dollar. Und es ist genau exakt hier diese letzten Highs, wo wir noch als Widerstand waren, bevor wir hier mit großem Kaufdruck nach oben durchgeschossen sind. Also, es wäre eine Möglichkeit, dass wir hier runtergehen in diesem Bereich und das hier von oben retesten. Diesen Widerstand hier bei knapp 53.000 US-Dollar und dann von hier aus weiter nach oben ziehen könnten. Ja, es ist eine Möglichkeit, ob es so kommt, weiß ich nicht, aber es müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und wenn wir hier runtergehen, da sehen wir auch hier dieses Ziellevel, was wir hier hätten von dieser möglichen bearischen Struktur, was wir jetzt formen könnten, wäre auch wieder in diesem Bereich hier. Nehmen wir das 38.2 wieder zur Hilfe. Und ihr seht hier, hier ist das 38.2 und hier ist das 50er. Also auch hier würden wir da reinkommen zwischen 38.2 und dem 50er. Und was haben wir gelernt bei Bitcoin? Die letzten Monate, Bitcoin reagiert immer übergeordnet zwischen 38.2 und dem 50er-Level. Also auch das würde genau hier reinpassen, dass wir hier runtergehen und nicht das 50er-Level anlaufen, sondern von hier aus weiter nach oben durchziehen könnten. Ja, es würde alles dafür sprechen. Schauen wir mal, hier hatten wir auch Reaktion, auch vor dem 50er zwischen 38.2 und 50er. Und hier genau das Gleiche könnte passieren. Müssen wir gucken, ob der Markt das macht. Ich glaube nicht, dass es jetzt schnell macht, dass es schnell runtergeht, sondern ich glaube eher, es wird eine lange Korrektur nach unten, aber keine aufbauende Korrektur. Ja, ich denke nicht, dass wir hier etwas Bearishes aufbauen, sondern einfach nur, dass wir runtergehen und in diesen bullischen Trendwende-Bereich runtergehen. Dieser Bereich liegt, stand jetzt, ohne ein neues High zu generieren, zwischen 54.500 und knapp 44.100 US-Dollar. Ja, wenn man jetzt alle Levels 38.2 bis zum 78.6er mit runternimmt, das müssen wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten bei Bitcoin, ob der Markt jetzt da runtergeht. Schauen wir mal auf den kleinen Timeframes. Der Markt hält sich hier oben am 78.6er, geht nicht drüber, aber wie gesagt, es ist schwierig shorten, nur wenn ihr wisst, was ihr macht. Ich bin in einem Short drin mit meiner Challenge 500 US-Dollar to XXX, weil ich gehe davon aus, dass wir hier demnächst eine Korrektur sehen sollten. Ob der Markt das macht, weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Also das ist für Bitcoin heute. Es gibt nicht viel zu sagen, liebe Leute. Einfach schöne Profits. Die nächsten Trades fürs Copy Trading stehen schon in den Startlöchern. Wir müssen jetzt auf eine Korrektur warten. Ihr wisst ja, wie ich trade, ich warte auf die Korrektur. Ich gehe nicht in die Bewegung mit rein, um einfach das beste Risk to Reward zu haben. Ihr seht es ja an meinen Copy Trade Ergebnissen. Jetzt geht der Markt langsam runter. Schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt bei Bitcoin. Sollten wir hier drunter gehen unter die 59.000 US-Dollar, respektive unter die 58.000 US-Dollar, dann wäre das hier bestätigt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier runter gehen in den Bereich von 55.000 US-Dollar, würde steigen. Schauen wir mal, ob sich das hier so ausspielt oder wir weiterhin steigen werden. Bei Ethereum genau das gleiche Spiel. Wir haben auch hier bei Ethereum C-Level abgearbeitet, überextendiert. Nicht so krass wie bei Bitcoin überextendiert. Deswegen kann es auch bei Ethereum sein, dass wir hier nochmal runter gehen. Eine Gesamtkorrektur sehen von dem Markt. Und zwar müssen wir bei Ethereum dieses Level hier beobachten. Das machen wir jetzt auch in Lila. Aber da nehmen wir das 38.2 weg. Also, dieser Bereich von 3.126 US-Dollar bis runter zu 2.991 US-Dollar müssen wir bei Ethereum im Auge behalten. Kann sein, dass wir jetzt hier da runter korrigieren und dann von hier aus den nächsten Move nach oben sehen. Und zwar Richtung 4.000 US-Dollar wären dann durchaus drin. Sollte Ethereum das machen, sogar eine Überextension auf die 4.500 US-Dollar wäre möglich. Schauen wir mal, was der Markt macht. Aber sieht alles in allem gar nicht so schlecht aus. Die letzten Wochen und Monate bei Bitcoin und Ethereum. Also, das ist bei Ethereum. Sollte der Markt hier runter gehen, dieses Low rausnehmen und bei 3.175 US-Dollar, dann kann es sein, dass wir hier bei Ethereum auch noch weiter runter gehen und dann von diesem Bereich aus hier den nächsten Upmove starten könnten. Aber, was wir auch sehen könnten bei Ethereum, halte ich zwar für eher unwahrscheinlich, dass wir hier etwas eine größere Korrektur sehen. Und zwar knapp unter die 3.000 US-Dollar, 2.850 bis 2.600 US-Dollar. Glaube ich eher nicht. Aber es kann sein, das wäre mein Alternativ-Szenario für die Korrektur. Müssen wir abwarten, liebe Leute. Das machen wir natürlich in einer anderen Farbe, in grün. Dann schreiben wir unser berühmtes Alt auf. Wurst-Finger-Style. Also, das ist unser Alternativ-Szenario für die Korrektur, falls sie kommt. Und dann gibt es natürlich noch ein großes Szenario, dass wir jetzt schon die komplette große Korrektur sehen könnten. Bei Bitcoin, das stand jetzt, würden wir runter gehen. In dem Bereich von 40.000 US-Dollar bis runter zu 30.000 US-Dollar schauen wir mal, welches Szenario zuerst eintrifft, falls wir die Korrektur sehen. In erster Linie würde ich sagen, erst mal das hier beobachten. Von hier aus erwarte ich mir eine Reaktion zumindest. Und wenn wir dann hier wieder etwas Bearishes aufbauen, dann könnte es tatsächlich runter gehen bei Bitcoin. Schauen wir mal, noch ist nichts passiert. Noch haben wir keine Korrektur. Noch sieht alles super aus. Und ich würde sagen, das war es mit dem Update-Video. Danke fürs Zuschauen. Danke an alle, die mich hier so tatkräftig unterstützen. Wir brauchen noch 10 Abonnenten. Dann haben wir die 900 Vollleute. Gebt Gas, liked das Video, kommentiert, teilt es. Schickt es euren Freunden, schickt es euren Feinden. Egal. Wir müssen mehr Traffic bekommen bei YouTube. Und auch fürs Copy-Trading. Für die Leute, wo Trade-faul sind und einfach nur kopieren wollen. Auch eine gute Möglichkeit. Also, ich danke euch. Und wir sehen uns dann zum nächsten Update-Video. Euer Joe. Macht es gut. Und ciao, ciao, Leute. Und wir sehen uns dann.